Komm, engagieren wir uns. Ich weiß, es klingt verrückt, aber stell dir vor, wir engagieren uns. Jetzt. In Zürich, Genf oder Lugano. Um unsere Städte und Gemeinden inklusiver zu machen, unsere Art zu konsumieren, zu verändern und unseren Einfluss auf unseren schönen Planeten zu begrenzen. Was meinst du? Wolltest du nicht schon immer Teil der Veränderung sein? Aktuell sind wir 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde. Wir stellen nur 0,01 Prozent der Lebewesen dar. Und doch sind wir die Einzigen, die für den Zustand unserer Umwelt und Artenvielfalt verantwortlich sind. Leider ist unser individuelles und kollektives Verhalten alles andere als vorbildlich. 2015 haben die Vereinten Nationen die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung vorgestellt, die bis 2030 zu erreichen sind. NGOs, Staaten, zahlreiche Bewegungen und Persönlichkeiten haben das Thema aufgegriffen. In diesem Wettlauf gegen die Zeit müssen wir mehr denn je zusammen denken und arbeiten. Überall in der Schweiz sind Menschen jeden Alters und jeder Herkunft aktiv. Sie begrünen Städte, schaffen lokale Währungen, wirken den Verschwenden entgegen. Sie sprühen nur sofort Kreativität, um uns eine bessere Welt zu bieten. Also warum nicht wir? Richtig, warum warten wir noch? Schalten wir unsere Bildschirme aus und unsere Gehirne wieder ein. Rütteln wir an unseren Gewohnheiten, um zu zeigen, dass die nachhaltige Entwicklung uns alle angeht. Komm, lass auch uns mitmachen. Wir sind die Generation, die einen Unterschied ausmachen kann. Du musst dir sagen, was für ein seltsames Schicksal, nicht wahr? Aber ich schlage dir etwas vor. Mach mit! Handle auf deiner Ebene. Komm und teile uns deine Ideen mit, um Veränderungen in die Wege zu leiten und unsere Umwelt zu verbessern. Durch eine innovative Lösung, einen Medienbeitrag oder eine künstlerische Arbeit, in Gruppen oder allein. Dein Beitrag wird im Herzen des internationalen Gen von der UNO, den Vereinten Nationen, erwartet. Die Gesundheitskrise, mit der wir konfrontiert sind, zeigt, wie wichtig es ist, an der Lösung globaler Probleme zusammenzuarbeiten. Also lasst uns unsere Kräfte vereinen. Gemeinsam können wir Alternativen finden. Auch du spielst eine Rolle. Lass uns die Heldinnen und Heldinnen dieses Abenteuers sein. Also auf geht's! Lass uns leben, lass uns träumen. Lassen wir unsere Fantasie freien Lauf, um die Zukunft zu schaffen, die wir uns wünschen. Lass uns zeigen, dass niemand zu jung ist, um zu handeln. Nichts ist mächtiger, um Veränderungen voranzutreiben, als eine Geschichte, die gemeinsam geschrieben wird. Also lass uns zusammenkommen, um die einer nachhaltigen Zukunft zu schreiben.